Die Zeit, das zu zeigen, was ich eigentlich zeigen wollte, denn die guten Leute von Xbox haben mir einfach so random, das ist kein Product Placement, deshalb habe ich auch hier, guck mal, Playstation ist auch super, danke, auch tolle Konsole, und die haben mir hier so einen Paluten-Controller geschickt, mega fett. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag der Bad Wars Woche, heute ist Team Palufel mal wieder vereint, hi Smurf. Da oben, da stapft er, jump and run hoch. Und jetzt hier, hast du gesehen? Was denn? Oh, 360, krasser Typ. Hast du nicht gesehen. Alter, da war ein kleiner Auto-Unfall da unten, bzw. da oben. Okidoki, bist du ready to slurp um hier auf Wild Wild West? Ich bin ein Cowboy schon immer gewesen. Oh, bist du ein Cowboy gewesen, du warst immer bei Desperado dabei, Alter. Tu mir Leid. Ja, glaubst du. Ich war der Sandwurm. Du warst der Sandwurm. Wir kennen den alten Sandwurm von Desperado. Oh Mann, oh Mann. Du darfst doch nicht lügen. Junge, wir haben da letztens schon mal drüber geredet. Ist bald Weihnachten, ne? Ja, alter, der Weihnachtsmann, der versohlt dir den Hintern. Schenken wir uns was? Nee, ich schenk dir nie wieder was. Junge, du hast erst letztens dein Geburtstagsgeschenk abgeholt, was ich dir vor... Entschuldigung, Entschuldigung. Sollen wir mal über deine rote Jacke sprechen? Ja, aber das war ja kein Geschenk. Das war ja kein Geschenk. Natürlich war das ein Geschenk. Du hast gesagt, hier, ich schenke sie dir und hol mir die irgendwann wieder ab. Ja, die rote Jacke, die sollte definitiv irgendwann mal wieder abgeholt werden. Aber du wohnst halt auch einfach so absurd weit weg. Das ist einfach wirklich... Da kann ich kaum. Oh, alter, der eine ist schon ordentlich weit. Und Ninja 189 ist schon draufgegangen, ey. Oh Mann. Zack, zack, zack. Warte mal, ich muss mal hier irgendwie... Okay, alles easy. Alles easy. Aber wir haben ja wieder mal einen guten Mate, ne? Der ist weltklasse. Ich würde ihn am liebsten heiraten. Der ist auf jeden Fall richtig krass. Also, ich bin jetzt schon in der Runde, das weißt du, ne? Hast du nicht das eine Instagram-Bild gesehen, wo ich dich gegessen habe, Smurf, Alter? Ja, stimmt. Wo sind die ganzen Gegner? Warte mal. Da dachte ich mir... Es sind alle in den Teams, aber keiner ist in der Mitte. Ja, die sind mega slow. Ja, kommen wir zurück zu dem wunderschönen Instagram-Bild. Was war da los? Nö, ich hab nur gesagt, äh, wir sind keine Freunde mehr. Äh, Paluffel ist nicht mehr real. Tube Clash kann kommen. Tube Clash is on, Alter. Hä? Ich komm hier nicht rein. Haben die das dicht gemacht, das Ding? Wie? Wer? Kommst du hier durch? Ach, du bist doch... Wo denn durch? Ich steh dich dahin, du kannst ja schon. Junge. Kannst du nicht ohne mich... Ich bin ein gemeiner Dude. Kannst du... Dann warte ich hier. Okay. Was ist los? Wieso war denn da eine Lücke? Wieso war denn da eine Lücke? Junge. Jetzt muss ich jetzt bich hier wieder mit meinem guten Freund, Alter. Wer ist eigentlich... Ah, verdammt mich, ey. Minecraft hat den 07. Ja, da war eine Lücke, weil ich hab... Ich hab mich angeseoomt. Oder bin ich da einfach... Bin ich da einfach runtergefallen, Alter. Das passiert... Wie so ein Backfisch. Dann zoomen sie mich an. Alter, die zoomen mich jetzt, Alter. Wie so ein alter Mathe. Der richtige Backfisch. Ja, ey, so Backfisch, Alter. Ich fahr ja bald nach Hamburg, Alter. Ich bin ja ein großer Fischfreund, ne? Ja. Bist du auch so ein Fisch-Back-Matjes-Esser? Also, das ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt so mega Bock drauf und könnte es kaum erwarten, das nächste Mal Matjes zu essen. Aber wenn ich irgendwie auf dem Fischmarkt oder so bin und dann sagt so Matjes so, hey, hey, iss mich. Dann sag ich so, yo, bro. Oh, Alter. Was ist Matjes genau? Ein Fisch. Heißt ja einfach Matjes. Süßwasserfisch. Okay. Heißt ja irgendwie Matjes oder so. Nee, die haben, die haben, also ich glaube nicht, dass der Fisch an sich ein speziell... Oh Gott. Ein speziell. Das ist ja ein spezieller Name. Da ist Team Rot jetzt. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Team Rot, sagst du. Sollen wir zu Rot? Nee, ich geh zu Geld. Oh, die bauen sich ja rüber gerade, ne? Nee, die bauen sich da so ein bisschen. Wer bist du jetzt hier? Oh, das war doof. Das war doof. Aber ich muss jetzt einfach... Oh, da war sie. Die Pink-Schelle. Obwohl, so sehr Pink-Schelle ist das eigentlich gar nicht. Oh, da kommt ein Ruder zu uns, aber das krieg ich hin, glaube ich. Glaub ich, außer beide kommen. Nee, es kommen beide. Zack. Oh, Alter. Äh, ja. Die kommen zwei Ruder zu uns. Mein Bett! Oh Gott, schaffst du das? Könnte sehr knapp werden, bis nicht machbar. Doch, doch, du schaffst das, Smurf. Ich glaube an dich. Einer ist jetzt auf dem Dach, der andere ist hier. Oh Gott, der ist auf dem Dach. Guck mal, wenn der mich kriegt, dann habe ich verkackt. Ja, der hat mich sterben. Okay, kein Problem, kein Problem. Ich hole mir jetzt hoch. Also, das war zu viel. Ich hole mir hoch. Ich sterbe jetzt gerade. Ja, es juckt mich nicht. Ja, bin tot. Ich bin nicht mehr rausgekommen. Die haben den Weg zugebaut. Das war echt traurig. Ja, aber der Blau ist noch da, Alter. Wir sind noch da. Lebt deine Trau. Krieg's hin, krieg's hin. Ja, wenn ihr jetzt zu Rot geht, ey, dann... Er springt doch jetzt gleich um die Ecke. Nee, er springt doch nicht um die Ecke. Den mache ich. Oh nice, oh nice. Lebt deine Trau. Ich brauche auch die Musik im Hintergrund. Smurf, ich brauche die Musik im Hintergrund. Lebt deine Trau. Ich bin bereit. Du weißt Bescheid. Ja, ja, ja. Es ist noch eingebaut. Ja, sauber. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Nice, nice, nice. Oh, yes. So, drei Rode. Okay, gut, da ist gerade noch irgendwas passiert. Kleiner Vorfall. Ich glaube, das war unser Blauer. Ja, du bist noch alleine jetzt. Oh, geil, Alter. Nee, hat der Gelbe noch aufgeräumt, Alter. Der Gelbe ist auch richtig Maschine. Jetzt geht's aber los hier. ESL Commentating. ESL Commentating, Alter. Push it to the next level. Ich kümmer das mal an. I'm pushing it already. Ich kümmer das gerade mal an hier, wo es abgeht. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich bin in der roten Basis. Der Coco Jumbo hier, ja, okay. Da ist es gerade. Okay, jetzt bin ich wieder pumped. Jetzt ist es gerade so. Vielleicht ein kleines Battle. Der war der Typ, der hat mich richtig weggerotzt in der Mitte, Alter. Der hat mich richtig fertig gemacht. Oh Gott, das war ein Fail. Oh, jetzt. Boah, da ist die Ping-Schelle. Was habe ich eigentlich immer für ein Ping? Ich habe ein 18er Ping. Ernsthaft? Ist das gut? Ja, ich habe 24. Wow. Ja, okay, das ist aber auch eine deutlich bessere Leitung. Also das heißt jetzt, einer gegen einer gegen einen. Alter, das ist mal ein Duell. Wo ist denn? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also, kein schlechtes hier. Warte mal, ich habe viel Gold. Ich habe keinen Attenbett. Bereit. Du bist ein Mensch. Wo sind die denn? Ich hole mir jetzt erstmal ein Bow. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Give me the Bow. Und gleich kriege ich so ein... Ich weiß tatsächlich auch nicht, wo die anderen sind. Ja, das wäre tatsächlich semi-praktisch. Leute, eigentlich hatte ich heute noch so ein bisschen vor, euch was zu zeigen. Nehme ich hier, kann ich mal ganz kurz. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Guck mal hier. Wooo, geil-O-Matico. Aber das zeige ich euch irgendwie am Ende der Runde. Momentan habe ich echt hier kaum war. Ich dachte eigentlich, das Smurf, weißt du, dass er mich supportet. Für dessen stirbt er einfach so. Nein. Ich bin so schlecht. Nein, Smurf, nein. Ich bin es doch gewohnt, dass du stirbst. Jetzt, Alter, jetzt, wenn du den triffst. Ja, das ist... Ja, der ist verhungert. Auf dem halben Weg ist er verhungert. Uh, der... Okay, ich brauche noch mal kurz. Lebt deinen Traum, der... Deinen Traum, machen wir bereit. Mach mir so Zeit. Oh, da portet sich aber jemand. Ja, portet sich jetzt. Oh, nee, macht er nichts, Alter. Nichts mit porten. Und jetzt, und jetzt, und jetzt. Ja, nichts und jetzt. Er kann nicht zielen. Oh, guck da, war kurzzeitig, als du... Als du Lebt Deinen Traum gesungen hast. Warte mal, ich brauche. Traum... Der hat aber ganz gut Kassier. Lebt Deinen Traum. Oh, der will sogar das One-on-One. Der will sogar, dass du mit reingehst. Hä, warum geht denn der da hoch? Das ist ja richtig interessant. Was der hier spielt. Oh! Aha! Das ist ja... Was ist das so gut? Und... Und... Oh! Oh, drei Herzen. Boah, Alter, du hast auch, glaube ich, auch gut eingesteckt hier. Okay, okay. Das sah auch echt spannend aus. Jetzt One-on-One noch, Alter. One-on-one. One-on-one. Und da passiert gerade was, was dich sowas von dermaßen nicht erfreuen wird. Hat er herzlich Gold geholt? Ist ein bisschen dümmer. Er baut sich nach oben. Das wird ja... Ja. Bei Base Gelb. So viel Ghost ich jetzt einfach mal. Ja, das ist ja... Also, das ist ja... Tut mir leid. Jemand, der sich nach oben baut, der hat nichts anderes verdient als Ghost. Ja. Da kann jetzt auch keiner... Ist halt... Ne, also wie gesagt, das ist... Bei so einer Map, sonst dauert das ewig. Ah, komm! Das ist sowieso schon ewig. Willst du mich verarschen? Also, er hat aber nichts, ne? Also, okay, ich hör auf jetzt. Ja, ich seh's ja selber. Also, zumindest hat er nichts in der Hand. Er hat immer noch Goldbarren oder so. Keine Ahnung. Ja, dann kann er ja nichts machen. Weiß nicht, ob das ich was gekonnt habe. Also, er müsste der größte MLG-Pro, weil... Ist das dein Ernst? Achso, es gibt ja eh keine Betten mehr. Weil sonst kann er sich irgendwo... Ne, das ist jetzt... Fettes One-on-One hier. Weißt du, aber du musst auch aufpassen. Ach, Loch, easy. Yuppie-Dizzle nicht, ey. Locker. So, jetzt. Kommen wir es online? Sag ich mir jetzt erstmal Bescheid. Bannen den Spacko. Ich könnte jetzt natürlich... Ach, ich... Komm, Leute. Lass mir jetzt auch Tomato-Tomato-Wing. So, zack. Jetzt einfach full drauf, full risky. Er ist auf jeden Fall... Er hat Bock drauf. Er freut sich auf jeden Fall, wenn du kommst. Ja, er hat mega Bock, ey. Er guckt nach unten. Die alte Nase. Ich guck's mir jetzt an hier. Soll ich singen, solange? Nö, das machen wir gleich. Da oben ist er. Aber das hab ich jetzt einfach mal... Warte mal, zack. Die Zeit, das zu zeigen, was ich eigentlich zeigen wollte. Denn die guten Leute von Xbox haben mir einfach so random... Das ist kein Product-Placement. Deshalb hab ich auch hier... Guck mal. PlayStation ist auch super. Danke, toll. Auch tolle Konsole. Und die haben mir hier so einen Paluten-Controller geschickt. Mega fett. Hier so ein kleiner Pedissel drauf. Hier auf der Seite und auf der Rückseite. Ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Danke an Xbox. Und danke an PlayStation auch natürlich dafür, dass ihr einfach generell eine geile Konsole macht. So, bevor da irgendjemand sagt, das ist voll Product-Placement. Ist es nicht, Leute. Junge, und der ist einfach noch weiter oben. Ja, er hat aber keine Blöcke mehr. Ja, Gott sei Dank. So, jetzt, ich komm dich holen, Alter. Alter, du bist so weit. Oh, er hat noch Blöcke. Entschuldigung. Ach, komm. Oh, Junge. Aber er ist so ein richtiger Bob halt. Weißt du, er braucht so richtig... Oh Gott, er wäre fast runtergefallen. Oh, schade, ey. Loll. Hätte ich dir gewünscht. Das hätte ich dir gewünscht. Also, das passiert ihm gleich. Also, der sieht aus wie der richtige Bob. Also, er hat immer noch keine Rüstung. War irgendwie 20 Minuten lang, während du den anderen getötet hast und einen guten Fight hattest. War er nur am Kaufen. Ja, aber er hat sich wahrscheinlich 900 Blöcke gekauft. Das ist das, was er gemacht hat. Junge. Ey, hier wird es schon dunkel, wo der ist, ne? Kein Scheiß. Also, das Sichtfeld verdunkelt sich. Ich habe noch nie gesehen, dass sich einer so... Er ist einfach schon dunkel. Er ist nicht mal beleuchtet. Der Charakter ist einfach nur noch schwarz. Krasse Scheiße, Alter. Ich glaube, er hat das Maximum erreicht, oder? Ja, du bist fast da. Alter, ich habe mich mit... Wieso fallen denn die Pfeile so komisch runter? Ich habe mich gerade selber abgeschossen. Oh, guck mal, jetzt... Er ist am Bauchlimit, ne? Er kommt nicht mehr höher. Der kann nur noch zur Seite. Alter, dieser Typ... Oh, jetzt hat er sich da eine Plattform gebaut. Was macht der? Oh, jetzt? Alter, ey, es ist so der... Oh, wie knapp das war. Oh, da ist er! Junge, fall runter! Patz, Alter! Was ein Shit, ey. Ja, nix GG. Tut mir leid, SV Darmstadt. SV Darmstadt. Also, das ist nicht... Ne. Schrecklich. Was hat Darmstadt wieder abgeliefert hier? Am Ende, ein bisschen lame. Aber muss man... Ne, tut mir leid, SV Darmstadt. Ja, es stimmt auch, stimmt auch, vollkommen. Tut mir leid. Nun gut, meine Damen und Herren. Ich würde mal spontan sagen, das war es mit der heutigen Folge der Bad Wars Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und was wir mit diesem sexy Controller alles so machen werden, schauen wir mal. Ich hatte einerseits mal darüber nachgedacht, ihn zu verschenken an Smurf zum Beispiel. Das nehme ich, nehme ich. Ich habe aber kein Ding. Ha, verarscht! Haut rein, schaut bei Smurf vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung. Lasst ein Like, damit es euch gefallen hat. Ciao, ciao!